Food of the Week. Beef Rips Burger. Ein eher minimalistischer Burger, der sich auf wenige Zutaten konzentriert. Und ganz klar im Mittelpunkt stehen die Beef Rips, die wir im Smoker hatten. So ein bisschen in die Asian-Style-Richtung. Richtig schön saftig. Also richtig geiler Scheiß, Leute. Und dann haben wir einfach nur noch ein Bun getoastet und dann haben wir so Homemade-Barbecue-Soße drauf. Ein bisschen rote Zwiebeln, einfach um ein bisschen ein Crunch, ein knackiges Erlebnis zu erzeugen. Und unten haben wir noch unseren beliebten Co-Slaw drauf. Und dann einfach diese wunderbar saftigen Fleischstücke von den Rips, vom abgelösten Knochen. Und mehr braucht es einfach nicht. Weniger ist mehr. Und dieser Burger zeichnet sich dadurch aus. Deswegen lasst es euch schmecken. Viel Spaß.